und willkommen zurück dann beginnen wir mal mit dem angriff auf kashi da 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 also die truppe sich ganz gut aus ich denke das sollte ich war ja wer es ist was ich habe ich das gespielt habe okay okay das wird bestimmt nicht so einfach da ist der kleiner sack gucken wie ich dir am besten aufhalte er will die mögliche spiel freund muss immer das ist ein kurs so wissen wie hier ist der wiki dabei ist es ist cool die sind diese stark wirklich stark die wachschlusser blitzen deshalb brauche ich definitiv vor stärkungen wenn die wukies an waffen kommen wird es viel schwerer die revolte niederzuschlagen anscheinend bin ich nicht der einzige der meint dass die wukies was besseres verdient haben warte mal alter ich werde gleich unten rum gehen ich werde versuchen aufzuhalten so jetzt haben wir schauen hier wir gehen am besten gleich hier runter muss ich sagen wie viel darf ich denn maximal nicht weil er nicht verlieren so das würde ich gerne mal wissen hier unten ist es kaputt hier ist er jetzt dran Ja. Wir haben eine Gefängnisanlage verloren. Puh. Puh. Es gibt doch nicht alle, wie das setzt sich mir hier. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Hä? Ich krieg den nicht. Jetzt wird Zeit für einen schnellen Rückzug. Chuy, wir haben die Palken schon mal auf. Chuy, wir haben die Palken schon mal auf. Chuy, wir haben die Palken schon mal auf. So, der ist schon mal weg, das gefällt mir. Hier, komm. Schau, wir nehmen sonst hier riesen Panzer hier. Komm, weg. Komm, weg. Wir gehen jetzt an. Ja, bitte verstanden. Das ist gerne Ziel. Euer Angel an Glauben ist beklagenswert. Bereit für die Friede, Sir. Melde die Ankunft unseres Field Commanders, Sir. Ne? Ach! Wir werden ein Exempel an ihm statuieren! Wir kontrollieren noch immer ihre Heimatwelt. Die verlorenen Sklaven sind also ohne Belastung. Dieser Solo könnte mehr Ärger behalten, als ihr denkt. Soll er mein nächstes Ziel sein? Es gibt weitaus wichtigere Dinge, Kopfgeldjäger. Nur jemand... Entschuldigung. ...konten den Rebellen ermöglichen, unentdeckt zu landen. Der Perfeter könnte wichtiger sein, als ihr ursprünglich dacht. Er ist nicht das. Der verrät sich doch gar nicht. Abschiss! Ah! Der Bau des Todessterns liegt dank der neuen Arbeitskräfte von Geonosis und Kashyyyk vor dem Zeitplan, Eurer Majestät. Wir haben die Überschüsse beim Nachschub auf verschiedene technische Aufrüstungen verteilt. Ich bin mit eurem Fortschritt zufrieden. Ich wurde über Colonel Wears und sein neues Kriegsgerät informiert. Sie werden mir die Demonstration aus der Ferne ansehen. Das sollte höchst interessant werden. Ihr und Lord Vader solltet sie euch ebenfalls ansehen. Ich werde so anders gebrauchen, mein Gebieter. Und da der Todesstern bald einsatzbereit ist... Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Muss ich denn irgendwo hinschicken? Ich werde diese Demonstration beiwohnen. Sie ist ein zukunftsträchtiger Moment für das Enereo. Na gut. Systeme Obert, ganz spontan. Hihi. So mag ich das. So. Ja. Aufbau hat begonnen. Ähm. Ach hier. Ne, auf Hitkummer. Das ist der. Ah, okay. Dann... Wisst du was? Kommt hier. Ah. Wer da geht mit so einer flotte. Ne, Hütter könnten wir auch hier hinten einnehmen. So ganz nebenbei. Oder? Einheit wird hergestellt. So ein Klinik. Könnte man das machen, ne? Ja. Ähm. Ich schick das mal her, ne? Gucken wir mal, was sich da verbirgt. Äh. Ich will nicht. Aufgewandt. Ja, das war halt klar, ne? Hab ich vorher gesehen. Sind die unten? Ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. ich brauche allerdings ja hier haben wir noch mehr Soldaten sehr gut die nehmen wir auch nochmal mit hier und guck noch was ich möchte es über die Wehrer wieder hinschicken ja guck hier kann jetzt haben wir doch nochmal ein bisschen was produzieren das passt schon schick mal die hier nach einer guten weder anschickt so ich hoffe das reicht so ok was wieso taktisches Gefecht das war doch hä das stand doch da es wurde eigen hä ah ja geil jetzt gibt es die großen die hoch entschuldigung wie cool gekommen ja geil 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 ok ok lauf mal vor und jetzt eine demonstration der zerstörerischen Feuerkraft des AT-ATs ein paar salven auf das Ziel sollten reichen höchst beeindruckend cool wieso kann ich die Dinger bauen dann das ist schockt ach warte mal ja keine Bombe oder man ok ich erwarte keine Probleme waa der ist geil was was haben wir hier maximale Feuerkraft und ja genau Sturmtruppen absetzen die Verscheidigung na schieß oh zu nahe dran oder was ah ausgezeichneter Vorschlag jetzt muss ich dahinter so jetzt kann man wieder testen hier oder was den Marc West wobei es hier w w w w w die fand ich auch übelst cool in den film ich weiß nicht warum aber die die teils so hey was denn das hier wo kommt die sind das gepellt Achso Aha Nett Na kommt Wir haben doch hier Kommt uns entgegenzusetzen Die machen den Bokamenschaden Kommt jetzt erstmal noch ein paar Leute ab hier Das ist cool gemacht N kommt der raus Das ist die Fabrik von dem Cool Noch mehr Truppen Truppen sind immer gut Es geht nicht so um mehr Truppen Selbst der gewaltige Rancor ist kein Gegner für einen DAD Oh Äh die sollten aber nicht dahin gehen Der soll das machen Na dann schieß mal Ja der hat kaum noch was gehabt Oh was denn jetzt Was Näh Darum konnte man das machen Ja alles klar Schicke ich mal die Truppen Ja der ist zu nahe dran Das ist doof Also ich habe definitiv gerade ein Manko gefunden am AT-AT Bei zu nahe dran greift er nicht mehr an Bei zu nahe dran greift er nicht mehr an Na los Jetzt aber kümmern wir fertig Bis hier So hier vor Los Aber schnell Spulen wir vor Lauf 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 Das ist cool Darum könnte man hier die Türme bauen Ja Alles klar Vielen Dank eure hoheit Dies ist aber so So Wie ihr seht ist der AT-AT ganz klar in der Lage selbst mit Überraschenden Situationen fertig zu werden Ist gut Wahrlich 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 Kommt drauf an, wie du die Lüftungsschächte gebaut hast. Ach ja. Na? Es kommt drauf an, wie der Typ die Lüftungsschächte kunst du hast. Aber na ja, das wissen wir ja schon. Angesichts der Stärke der Rebellionstreitkräfte ist Colonel Viers der Meinung, dass ihr Angriff von einem Stützpunkt nicht weist, von jedem stattgeführt. Wo? Stimmt hier oben, hä? Jumping oder irgend sowas. Hm, alles klar. Erlaubt mir, sie dort mit einer Streitkarte ein für alle Mal zu zerschlagen. Wichtiger als die Zerstörung ihrer nutzlosen Station ist die Identifizierung des Einen, der die Position unserer Demonstration verraten hat. Ja, das ist ja schon wichtig, ne? Er wird mir nicht entkommen, genau. Zack. Zack, 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 zack. Verstärken wir unsere Truppe. So, ah, wo, was? Oh, komm. Ich bin gerade dabei, hier Flotte zusammen zu basteln. Hör auf damit, lass dich schluss. Nein, Gott. Ich bin noch nicht mehr fertig hier. Ach so, hier, genau. So. Passt das hier, passt gut. Jetzt will ich die Truppe, ja. Was ist denn das hier eigentlich für welche? Das ist die Standortruppe, ne? So was? Komm. Scheiß drauf. Was haben wir hier? Gut. Das ist so fast fertig. Hier kommt Fräzio. Ich mach die jetzt, nehm die jetzt alle weg. Hier reicht das jetzt. So geht's mir nämlich auch. Zack, 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 zack. Geld. Zack, 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 zack. Dann mal nach, so. EATN 2. Zack, 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 zack. Automatisch. Weg. Fertig. Wir halten uns hier jetzt gar nicht mehr lange auf mit dem ganzen Mist. Komm hier. Ja. Wo? Die können sie nicht lassen, ne? Wo? Hier? Alter! Ja, wie hier. Alter! Wer ist denn da für den Scheiß? Das ist schon abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Ich bin unterwegs. Meldet mich, die Gefohlen. Volk, dann melde dich. Verstanden. Taktisches Gefecht, die Postbefort. Wo? Oh. Scheiße. Taktisches Gefecht, die Postbefort. Mach die jetzt fertig. Wo ist das? Alter. Taktisches Gefecht, die Postbefort. Bereit. Konstruktion abgeschlossen. Wir sind gleich da. Fahrzeug wird produziert. Melde mich, liebe Volk. Bereit. Vermeldet dich. Dann los. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Komm schon wieder drüben. Hier vielleicht. Das ist du, wenn ich sehe. So, zack. So, was, das lass ich jetzt hier. So. Ich glaube, das reicht jetzt aus. Man will immer hier noch zur Vision jetzt. Und dann ist es, das muss aufhören, ey. Das ist ja nervt hütend. Ich kann ja mal zur Ruhe. Wenn man wohl nachdenken. Lass mal gucken, was hier ist. Bisschen was haben wir. Ich denke, das passt schon. Oh, scheiße, das ist ein großes Schiff. Eieiei, ob da die Flotte reicht. Ob die Flotte reicht. Lass mal die Schiffe weg. Ich glaube, das ist ein großes Schiff. Das ist ein großes Schiff. Ich glaube, das ist ein micro-Sicher. Und dann ist der Schiff. Okay. gut der schweck wir haben die noch was haben die noch hier sollte sollte gehen die müssen sich für den jäger und anlegen da haben wir noch da haben wir noch wir haben vieles bodentruppen mit hier jetzt kommt zurück los jetzt und du in den kampf so rein jetzt hier wir können noch was holen das machen wir ganz spontan die schicken wir auf den hangar ja unsere bombe dass die das weg machen jackie die finde ich immer cool ist ja richtig cool alles war die hier die fand ich immer richtig cool der spiel in rebellen habe ich die immer übelst gerne genommen das weiß ich noch wir holen wir noch was kleines erst mal den großen heben wir uns mal noch öff das ist ja auch noch höher das passt schon ja die ist da weg wir machen wir machen wir hier vor schwulen oh oh was ah scheißdreck äh da sind die hinten auch welche? ne nur hier drüben ne boah übel ist viel nachgeschub haben die ist heftig gebe ich zu der kampf ist wirklich ich komme hier noch mehr das ist ja heftig ach ah 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 hä merken Ich habe die ganze Kleine noch dazu Ich habe die Schiffen hier aufgetaucht Dann wird es deftig, gebe ich es zu Hier drüben noch, kommt Ich muss noch eine Materie herzahlen Kommt, voller Energie Es sieht nicht so aus, als hätten sie noch mehr aus Es kommt nämlich gerade nichts nach Es ist nur noch über ein Jäger Eine Bombe, oh, Bombe sind böse Ja, jetzt alle drauf, aber schnell Maximales Feuer, los, 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 los Es sind noch keine Kleinen noch hier Ich denke, ich habe die beste Chance, wenn ich jetzt Wirklich mit allem, was ich habe, auf die Station gehe Klar Alter, mach die Bestimmung jetzt ja Ja Okay, also Verstärkung haben wir jetzt nicht mehr Ich hoffe, dass wenn das hier weg ist, die Station, ist die abhaben Ich hoffe, dass wir jetzt einen Rückzug machen Ich hoffe, ich weiß es natürlich nicht Die kleinen Schiffe scheinen jetzt abzuhauen Ach, zwei, Mann Ich komme gleich über ein Sprung Ach, zwei, Mann Ich komme gleich über ein Sprung Hallo? Nein, Herr, der Schwader ist unterwegs Hallo? Nein, Herr, der Schwader ist unterwegs Ja, das sollte passen jetzt Kommt hier Und weg Komm und und weg Und das noch Ja, weg Ah, es ist flit, ne? So, nur die zwei Jäger, ne? Der Rest sind alles nur noch Ja, 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 ja Komm Komm, zack So Oh, eben ist weg Na gut Das heißt, wenn wir diesen Kaffeezeichen nicht gewinnen Die Flotte ist definitiv weg Also Die haben wir ganz schön dezimiert Dann fliegt ne rein Da kommt Maximales Feuer hier Ja, ich glaube Ja, ich erinnere noch Ja, ich erinnere noch Jagd sie jetzt Na, wieder Null Entscheid' ich mal So Jetzt ist Feierabend, Jungs Oh, echt jetzt Genau, bei Jäger im Hangar Man, das ist ja übel Ich habe überall Plüssige an Schilde Nur Ich zieh mich halt jetzt zurück Oder Das ist ja übel Kleiner Markant Ja, der hat kaum noch Zwei Waffen Batterien Ich denke, die Die Möglichkeit Anzugreifen Das wäre ja übel Ist doch etwas zu komisch Das hier Hier Ist das bloß so Raketenabwehr-mäßig Na komm Jetzt ist es wieder weg Da hast du es schon mal schon mal weg Oh, komm Zieht euch zurück Frequenchen Ich habe kein Bock hier aufzugehen Ja Der Video-Mode Hier Da 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 Ewige Musik Ewige Bilder Ja, mal, was explodieren würde. Ah, kurz, ich will mir gezeigt. Ah, Leute. Es ist blöd, das. Die müssten mich jetzt echt zurückziehen. Ich werde mich gleich zurückziehen. Wisst ihr was? Ach, komm. Komm, kennst du es mir hier? Ja, machen wir nochmal eine neue Flotte.